So, und hier kommt die Auflösung. Männer, es geht um Ruhm, es geht um Ehre und es geht um Tickets für FC-Fans und zwar Tickets für das Spitzenspiel gegen Union Berlin am 4. November. Wir machen Lattenschießen. Die Regeln müssen wir noch festlegen. Drei Versuche jeder? Perfekt. Okay. Seid ihr euch immer noch beide sicher, dass ihr beide gewinnt? Klar. Okay, dann tritt an im blauen Trikot mit der gedachten Nummer 15 Maxi Thiel und im schwarzen Trikot mit der unsichtbaren 31 Janik Gerhardt. Los geht's. Achso, der Jüngere fängt an. Okay, viel Glück. Der auch. Knapp. Knapp. Das ist ja schon nervös. Merkt man ihm schon an. So, die Aufregung steigt. Der war nicht schlecht. Es steht 0 zu 0. Vorsten fährt nicht, oder? Das ist ein halber Punkt. Vorsten. War der gut, oder? War der hoch? Also, sorry. Das zählt leider nicht. So, jetzt. So, der dritte Versuch. Machen wir nochmal ein neues Drill, oder? Jetzt kann ich den Sack zumachen quasi, oder? Du kannst den Sack jetzt zumachen. Das ist echt peinlich. Das sieht so richtig schlecht aus. Ansonsten gehen wir in die Verlängerung. Wir müssen nochmal bei 0-0 starten. Das kann nicht sein. Zweimal ruhig jetzt. Vielen Dank. Und damit der Sieger im Latten-Schießen. Maxi Thiel. Glücklich. Dankeschön. Der zweite Platz. Janik Gerhardt. Zweite verlieren. So, und damit haben alle, die auf Maxi Thiel getippt haben, die Chance an der Verlosung für die Karten teilzunehmen. Viel Glück. Ändrig. Dann haben wir die Karten.